So, also, mal ein kleines Overwatch aufle- Wait a minute! Ah! Ahaha, ey, ich je boi! Ah, jetzt muss ich ja mit irgendwelchen Randys spielen. Immerhin Short Match! Yay, das ist zwei! Hallo? If you think... Ah ja, das ist drei. Das wird natürlich wieder angenommen, mhm. Vielleicht soll ich mir auch einfach im Vorfeld nicht solche Gedanken machen. Vielleicht sind die Mates ja echt nice. Man weiß es ja nicht. Gucken wir einfach mal in den Namen rein. Das ist tatsächlich... Also, es könnte auch... Es könnte auch schlimmer sein. Hello, Team. Will you hear me? Yes. Yes, yes, yes. I go be short. Das fängt eigentlich ziemlich gut an. Die sagen, wohin sie gehen. Also, zumindest der eine. Ach, nee! Der hat auch eine Kill Confirm. Sehr sympathisch. Äh, Lee Kale? Machst du die Runde jetzt noch allein, oder was? Nope. Schade. Und nach dieser ersten verlorenen Runde wurde mir klar, wir müssen ja mindestens ein Draw schaffen für den Rank. One low. Das ist jetzt halt wirklich nicht so gut, ne? Ja. Aber Kommunikation ist key. Mhm. Nice. Ah, sehr schön, sehr schön. Es läuft so. Ich hab schon so lange nicht mehr den Main-Account gespielt. Ey, ich muss echt die Skins eigentlich mal rüberholen. Halt in high. One lower down. Ich glaub, da noch einer steht. Bestimmt nicht. Wo ist ein Erquittel, der hier hinten war? Ah, na also. Und ab diesem Moment hab ich sogar so richtig den Win gefühlt, hier, mit den Buben. Okay. Hüüüü. Das war, äh, äh, der. Mir fehlen die Worte und ich bin mega überbelichtet, seh ich gerade. Was ist das denn? Ich glänz ja richtig. Ach, und an der Stelle. Willkommen an alle neuen Zuschauer. Hallöchen. Schön, dass ihr da seid. Oh, at least one in front of B. Maybe two. Ja, schön, dass ihr da seid. Ich habe unter dem letzten Video einige Kommentare erhalten. Ich glaube sogar 90 plus. Insane. Ja, es ist schön, dass ihr da seid. Hallöchen. Bin leider erkältet. Ich glaube, man hört es noch nicht richtig, aber die Erkältung ist bereits eingetreten. I'm with one, in front of Con. I'm with one. Con, 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 he's down. Könnte immer noch Mitte sein, der eine. Hello there. Ja, lower. Or window. Also, stabile Brise, yellow. Ah, nice try. Und hier noch direkt ein Wort zum Sonntag an die Neuen. Wenn ihr mit mir zusammen spielen wollt, also Counter-Strike zum Beispiel oder auch andere Games, kommt gerne in die Livestreams. Hier irgendwo stehen die Zeiten. Da wird immer zusammengezockt. Viewer Games muss weiter und so fort. Ich bin alleine auf B, aber Rampe ist eh die Action. Alles klar. Gut, 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 gut. Oh, oh. Hallo. Das sieht gar nicht gut aus. Also, Jungs, Draw wäre schon cool, ne? Oh, der hat voll die Nate geflogen. Die ist zu ihm reingeflogen, die Nate. Immerhin Apples, immerhin Apples gemacht. Komm, auf die Maus, du. Dann machen wir jetzt, Jungs. A-Rush. All right. Ron is short. Con is down. Lindy Kane kommt. Ach, schade, schade. Nein. Ich hab keinen Bock auf ein Rundspiel, bitte. Das zweite kann ja nur besser werden. Oh, in Fiano ist gar nicht so übel. Schaut mal, wer wieder dabei ist. Der war gar nicht so übel, aber... War auch nicht so krass, ne? Na, dann auf ins Getümmel. Let's go be boys. Mal gucken, ob sie hören. Ah, Purple ist taub. Judge. Still, Judge. Wo ist denn der Rest, Mann? Blau. Purple ist eben erst aufgewacht. Jetzt fangen sie sich schon an mit irgendwelchen... Runde 1. Ein einziger Shotki raus von dem Gegner. Erzieht, ey. Oh, Solo-Q ist es ein Graus. Kleine Anfrage von mir an Valve. Wenn man seit 2 oder 3 Jahren am Stück Supreme ist und den Rang verliert, kann man da nicht trotzdem weiterhin overwaschen können? Bitte? Man braucht Gold 4 oder was? Oder Gold 1? Müsst du nicht immer in die Kacke herein? Nein, alles klar. Sag mal, warum schießt der hier hoch? Ich bin doch Banane. Nice. Gut, gut. 5-2. Ich muss ja immer wieder fragen, spielt jemand wirklich, wirklich, wirklich gerne Solo-Q? Last Laps. I'm waiting for you, Purple. Still Laps. Aus die Maus, du Kack! Good job. Das war's doch. Ja, also... Das waren jetzt ja super 60 genutzte Minuten, ne? Aber wisst ihr was? Ich hab ein Angebot für euch. Kommt einfach jetzt in den Livestream um 18 Uhr, dann ballern wir gemeinsam rein. Ich freu mich. Later!